Ja, sehr schön. Endgame startet und du hast mich noch im Nacken, ne? Hast du nötig dabei? Nötig. Aber sie versucht mich immer weiter, um die Palette zu lupen, ist verletzt und das Endgame läuft noch. Die machen hier ganz gut Lärm. Oh, jetzt liegt sie am Boden. Oh, der nächste liegt am Boden. Sollte ich euch tatsächlich alle noch im Endgame bekommen? Oh, das wär gemein. Ja, ich komm ja schon. So, die eine ist draußen, der eine hängt, die eine ist verletzt. Ich kann mir auf jeden Fall nicht nachsagen, dass ich gekämmt hätte. Endgame läuft runter. Und zack, drei geopfert durch Endgame. Einer entkommen. Haben es verdient. Disconnect. Ich sag mal. Hahahaha